Verpiss dich! Verpiss dich, Mann! Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Ja, Bruder, du siehst extrem gut aus, Alter. Okay. Der muss sich erstmal selber retten. Bruder, was soll ich machen? Mit Recht und Maus, das ziel ich. Okay. Ich will diese Waffe haben. Digga, ich will diese Waffe haben. Also noch. Oben scrollen ist ein Messer? Nee, gar nicht. Bistole und Messer ist so. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Boah, nein, Digga, nein! Allein, wenn ich so einen Gang sehe, ne? Ich kriege direkt Paranoia, Alter. Was wollten die denn jetzt von mir? Was ist meine Mission, Alter? Jungs, hilf mir. Ich bin direkt schon überfordert. Shift, sprinten. Ja, Shift, sprinten. Habe ich verstanden. Digga, was ist der Sinn der Sache? Und warum fange ich hier einfach mittendrin an? Muss ich da hoch? Nimm ein Messer. Hau die weg. Bruder! Achso, ich muss erst rechte Maustaste gedrückt halten und dann kann ich kämpfen. Guck mal, allein die Puppe hier. Allein diese Puppe hier. Ne, diese Puppe, diese Puppe hier. Guck mal, ich habe dich kaputt gemacht. Also hier beim BlaBla brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Bruder, aber genau so ein Weichei bin ich. Mein Kopf hat sogar die Form eines Eis. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Bruder, gerne. Bruder, Wallach, gerne. Ich gehe gerne woanders hin. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Was das Merken angeht, ne? Bruder, du bist am Arsch. Bruder, ich weiß. Was Crafting angeht, so, ich bin das Schlechteste. Starke Mixtur. Zweimal grünes Kraut. Okay. Also zwei Tüten. Ultra starke Mixtur. Tüte. Rot, grün. Oder dreimal grün. Okay. Also Kiste hast du gesagt. Wo ist hier eine Kiste? Alter, ich kann nicht mehr. Aber du kannst gut... Bruder, was wir unterhalten. Das, was ich hier mache, ist das, was ich machen muss, damit ich nicht komplett durchdrehe. Ich rede einfach. Ich versuche mich selber abzunehmen. Ja, okay, das ist meine Kiste. Das ist Schießpulver. Ich glaube nicht, dass ich das gerade brauche. Ich kann verstauen. Oder kann ich das kombinieren damit? Nein, ich will doch gar nichts kombinieren. Ich weiß gar nicht, was ich kombinieren muss. Ich verstaue das. Und das hier kombiniere ich mit dem hier. Ne? So war das, ne? GG, Bruder. Gemischte Kräuter. Bruder, was für Messer, Digga. Ich habe Knarre. Oder mein Herz. Nein, Bruder. Boah. Wir überleben, da müssen die Bahnen gar nicht kriegen. Tamam, tamam, Bruder. Ziehen, feuern. Nein. Stirb. Ammonakorim. Was? 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 Warum direkt gebissen? Warum direkt gebissen, Alter? Was? Bruder, der lebt noch, ne? Ammonakorim. Wie habe ich das gemacht? Warte. Bruder. Bruder, ich muss gucken. Guck mal. Bruder, es hat sich... Der ist zu schnell, Mann. Das ist auch schwer. Das ist hundertprozentig auch schwer. Von der Seite. Digga, nein. Ey, wie soll ich denn die Maus bitte? Ich klicke auf die Maus und trotzdem werde ich gebissen. Digga, warum beißt der mich? Ich klicke doch auf die Maus. Kräuter müssen... Ja, Inventar, ne? Ah, da... Ah ja, genau so war das, ne? Man konnte im Prinzip pausieren. Man konnte im Prinzip pausieren. Indem man auf Inventar klickt. Okay, das ist schon mal gut. Das Ding ist... Muss ich die Maus bewegen? Oder muss ich klicken, Alter? Weil ich klicke auf die Maus und nichts passiert. Kannst du nichts gegen machen? Wie? Ich kann nichts gegen machen. Du Humpf. Im Kopf, ne? Was? Was? Was, Digga? Mit wem hast du dich angelegt? Boah. Das nennen die... Im Fachjargon nennen die das, wenn die so einen leicht finden, Übertötung, Digga. Nicht ein, zwei... Guck mal, überall. Überall. Was? Dein Knie, Digga. Geil, okay. Kannst mit Leertaste ausweichen, meine ich. Ja, Bruder. Ich kann ausweichen. Was habe ich jetzt in der Hand? Waffe. Okay, ich sehe den Schatten. Bruder, Bruder. Nein, wenn du Zombie abknallst, Trotzdem nochmal reinstechen zur Sicherheit. Okay. Bruder, mein Aiming ist so schlecht, ne? Mein Aiming ist so schlecht. Boah, was? Weg mit dir. Boah. Guck mal, ich schieße in deinen Kopf. Ich schieße in deinen Kopf. Und nichts passiert. Geh weg, Mann. Lebt ihr noch? Reinstechen, hast du gesagt, ne? Siehste? Siehste? Der lebt noch. Der lebt noch. Du Hund. Warte, links vor mir. Locker irgendjemand, oder? Bruder, ich sehe nichts. Ich muss das Spiel gleich heller... Äh... Boah, die leben eiskalt noch, Digga. Digga. Was? Was? Ey. Oh mein Gott. Ich dachte, der andere ist wieder aufgestanden. Ey. Ich schwöre es euch, ne? Mein Herz kann gerade keiner fühlen. Okay? Ich habe Angst. Reicht das? Bruder, wer... Mal ganz ehrlich. Wer, 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 wer... Der jetzt gleich aufsteht, ne? So, dann ist es wohl richtig sinnlos. Ey, dass das Spiel einen direkt... Bruder! Guck mal da. Guck mal da. Ey, Stevens, ich habe keine Ahnung, was das für... Ich habe noch nie... Also, ich habe das gesehen. Ich kenne Resident Evil, ne? Früher als Kind. Ich habe meine Mutter das auch gespielt. Aber... Ich habe Parasticker. Und ich spiele jetzt... Das ist im Prinzip das allererste Mal Resident Evil. Es gibt kein Resident Evil, was ich davor wirklich gezockt habe. Okay? Bruder, wenn die gar nicht da rauskommt... Bruder, wie soll ich die... Bruder, wie soll ich die umbringen? Kann ich jetzt schon? Warte. Von der Seite geht, ne? Das bringt nichts, ne? Habe ich recht? Das bringt nichts, ne? Weil das Spiel sagt so, ja, du kannst sie vorher nicht töten. Hundertprozentig sagt das Spiel das. Und ich muss... Und ich... Ich laufe jetzt irgendwo hin. Und die kommen. Ne? Bruder, hundertprozentig. Ich kriege... Okay, okay. Ich habe... Ich habe die Hauptstraße erreicht. Bruder, ohne Witz, wenn der Mutter das gekauft hat. Keine Scheiß. Für uns hat das... Weil wir wollten das... Das sehen, weißt du? Wir haben uns nicht getraut als Kind. Du meinst, die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du oder Rüschten wird in das Feuer fertig. Leck mich. Bruder, was wollte der jetzt von mir? Ich schwöre, ich weiß es. Ich muss jetzt zurückrennen und die kommen, ne? Was habe ich gesagt, Bruder? Bruder, es sind drei Stück. Okay, 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 okay. Weg! Was? Weg! Diesen Land meine ich. Sie kennen, Bruder. Bruder, die sind langsam, ne? Kommt da noch einer von woanders? Guck mal, sind da mehr? Da sind mehr! Macht es Sinn, gegen die zu kämpfen, Jungs? Macht es Sinn, gegen die zu kämpfen? Bruder, alles daneben! Es macht keinen Sinn, gegen die zu kämpfen, ne? Habe ich recht? Es macht keinen Sinn. Ich muss hier... Bruder, okay, ich muss irgendwo hin, ne? Bruder, ganz ehrlich, wenn das eure Hilfestellung ist, ne? Bruder, die kommen runter. Ich werde hier niemanden besiegen, okay? Ich höre es euch, ne? Ganz ehrlich, ihr seid mir keine Hilfe. Kein einziger von euch. Verpiss dich! Ich habe irgendwas gemacht. Ich glaube, ich muss Gedrück halten, ne? Ich muss die Maus gedrück halten. Ich versuche mal mit Messer jetzt, okay? Habe ich... Ich muss leer, dass du gedrück halten. Kann das sein? Zweimal ins Gesicht geschossen und du stirbst nicht, Alter. Was stimmt nicht mit dir? Was bist du für ein Zombie? Wer kommt da? Wer kommt da? Hinter mir? Bruder, das wird nichts. Ich schwöre es euch, das wird nichts. Das wird nichts, Digga. Ich kann das Spiel nicht spielen. Ich bin viel zu... Bruder, ich verpisse mich. Ich kann mich nicht verpissen. Ihr werdet jetzt denken, was ist das für ein Spaß? Die tut denn nur so? Nein, ich tue nicht so. Es ist wirklich Realität. Digga, wie viele Schüsse. Wie viele Schüsse. Was war das? Okay, sein Kopf ist geplatzt. Die lebt noch. Ey, ich kriege ein Drücken in der Brust. Ja, Steven, der Wikinger hat vorhin gesagt, irgendwas mit... Oh, Digi. Der Stevens ist jetzt einer von uns, Alter. Danke für den Follow, Digi. I don't will forget you anywhere, anytime. Okay, gibst du... Guck mal, der frisst. Guck mal, guck mal. Guck mal. Ich hab' den Händen. Bitch. Bitch. Geh. Ohne... 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 Hey, der Simi weiß auch, ich hab' übelst Paranoia. Wer weiß das? Erkennt mich. Ich hab' nicht mal Outlast spielen können. Du kriegst auch noch ein paar Stiche. Okay, da sind noch zwei. Ich werd' versuchen, die nacheinander anzulocken. Komm, 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 komm. Die kommen beide, ja? Die kommen beide, ja? Bruder, kommt doch nur einer. Guck mal, wie der rennt. Die ist... Bruder, du hast doch gerade gegessen. Bruder, du hast doch gerade gegessen. Bruder, die Sounds, ne? Jetzt sind die beide auf einer Linie. Das war dumm. Dumm von mir. Boah, guck mal, da guckt ein Stück Gehirn raus. Weg, weg, weg. Verpiss dich. Verpiss dich. Du kriegst eh deinen Bauch nicht voll, Alter. Boah, in den Hinterkopf. Weg. Das hätte nicht passieren dürfen. Stirb, bitte. Digga, der steht auf. Der steht auf, ja? Bruder, die können nicht von mir sein, ja? Die können nicht von mir sein. Was ist das? Kann ich das? Das war dumm. Das war dumm. Wie viel Leben habe ich noch? War noch. Okay, Bruder, ich werde sterben. Ich hätte... Was? Guck mal, ist mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Ist mir scheißegal, ob ihr irgendwie denkt, ich habe zu viel Schiss oder was macht ihr da? Juckt mich nicht. Das ist schon mal ein Fakt, okay? Helft mir oder lasst es sein. Aber es kann sein, dass irgendwann mittendrin ich sage, ich kann nicht mehr. Das hatte ich bis jetzt bei einem Spiel, die PT-Demo damals, fand ich krass und konnte ich nicht mehr weiterspielen. Ey, Stevens, PT, ne? Ich habe das gesehen. Ich gucke auch Let's Play's auf Handy bei Horror, weil dann ist es richtig im Kleinen, dann kann ich so... Dann habe ich nicht so viel Angst. Bruder, PT hätte ich nie im Leben spielen können. Nie im Leben. Was ist das? Ist das ein normaler Zombie oder ist das eins dieser Monster? Ich schieße es einfach gegen... Kopf! Kopf! Das ist nichts... Bruder, was ist das? Oh mein Gott, da ist auch einer! Bruder, verpiss dich! Oh mein Gott, Digga, niemals! Niemals! Ich muss nachladen, ne? Was ist das? Stirb! Weg! Weg! Ja, ja, ja! Sieht einfach riesig aus gerade! Huh! Bruder! Bevor ich da rausgehe? Ja, Mann, das war... Was? Ah, ja! Ja! Das sind diese Räume, Digga! Bruder, ganz ehrlich, Ich werde jetzt gerade Einfach so fast 20 Jahre zurückgeworfen Als ich noch klein war Ein kleiner Bastard Und meine Mutter dazu nötigte Resident Evil zu spielen Weil ich Angst hatte Was ist eine grausame Welt In der wir uns befinden? Vor allem Die haben eine echt beruhigende Melodie ausgesucht Mein Herz war gerade so So Ich will hier nicht mehr raus Bruder, ich mag diese Staubsauger Bruder, ich mag diese Eimer Bolzenschneider Bolzenschneider Bruder Brain Bruder Brain Okay, ich mach mal weiter Okay, es fängt wieder an Okay Ich höre hier Geräusche Die stehen direkt vor der Tür, Digga Wollt ihr mich verarschen? Wie kann man das? Dann nehme ich schießen, ja? Ich loge die da hin Kommt, Mann, komm Oder auch nicht, warte Sie können... Ey, guck mal, der steht vor mir Ich bin einfach zu nervös Geil, wie die den noch wegtritt, ne? Oh, schier Oder mit Fass Bruder, Ha Ha Ha, Digga Da liegt einer Der ist nicht tot, ne? Siehst du? Der ist nicht tot Ich geb den Stiche Nein, das wird mir zu gefährlich Das wird mir zu gefährlich Stirb Sie können alle Oh, oh, oh Okay, ich weiß, was zu tun ist Ich muss die anlocken Kommt her Kommt her Weil ich hab das da gesehen Kommt Wie sind wir zu schnell, Alter? Bruder, ey, das sieht so geil aus, ne? Das sieht so geil aus Und so düster, Digga Ein Schuss, komm Warte mal, kleinen Moment, ja? Ich spiele gerade ein Horror-Spiel Und ich hab Schiss bei Horror-Spiel, weißt du? Sorry? Was ist für uns nicht? Die Sache mit? Uh Oh, ist ein Bolt, Digga Oh, ist ein Bolt, Digga Oh, ist ein Bolt, oh, ist ein Bolt, Digga Stirb Digga, das steht Ich Boah, ich dachte, das wären, äh, das wären Beine oder so Löschlauch, Löschlauch, Digga Löschlauch Notiz eines U-Bahn-Angestellten Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer Habt uns jetzt eine Flinte besorgt Für den Fall, dass bald das Fass überläuft Ich werde nochmal los Patronen holen Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein Da sollte sie von Dieben sicher sein Damit bin ich gemeint Digga Ich habe euch gerade allen den Rest gegeben Der U-Symbol und der andere, der am Anfang da war Tut mir leid Jetzt wachsen Jetzt Guck mal, meine Eier sind so, ne? Warte So Jetzt hab ich Flinte Die sind jetzt so geworden Desinfektionsmittel Boah Der einarmige Bandit, Digga Ihr guckt zu und lasst mich einfach im Stich Klopapier, ey Da ist Klopapier Bruder, ich hab Klopapier gefunden Da auch Grünzeug, siehste? Hab ich da nicht ein Messer? Ah, warte, so bestimmt, ne? Kombinieren Ja Ja Ich hab's auch ohne euch geschafft, Digga Richtig klein gemacht Kann man sich direkt durch die Nase ziehen, Alter Warte kurz Bruder, nein Bruder, nein Verpiss dich Verpiss dich, Mann Warte, warte, warte Frist das Oh, warte, ich muss eben ein bisschen Strom führen, ne? Digga, komm Komm, komm her Komm, komm Weg, 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 weg Ich darf nicht rein, ich darf nicht Schiff Spielmodus ändern weg Spielmodus ändern ja Bruder ja und wenn der Spielmodus geändert wird kann ich kein Problem ich gehe gerne in assistiert rein weißt du was ich brauche keinen Hydranten Hydranten Schlauch ich brauche jetzt die Granaten ob das was bringt Alter ich bin auf der einen Seite voll glücklich aber auf der anderen Seite denke ich mir das Nemesis der kann doch nicht einfach sterben so ich habe schon ausgerüstet Boah sieht geil aus Alter jetzt muss ich den jetzt zerschießen Ah ja ist klar ist klar ich habe es mir gedacht Digga Bruder dein Ernst macht das Sinn was ich hier tue Nachladen ja Bruder es bringt glaube ich nichts ne Ich muss weg Ich muss weg aber ich muss vorher Ich habe kein Hinn mehr Weg mit dir Ich bin von da gekommen Äh ja benutzen Ey wo muss ich hin Wo muss ich hin Digga nein Digga nein Digga nein Digga nein Niemals kommt der hier rein ne Niemals kommt der hier rein Wo bin ich hier Kann ich das benutzen Sie können wichtige Objekte ziehen Ja ich habe keine Ahnung was ich jetzt gerade gemacht habe Aber Ist das doch mein Shotgun Ja Äh Nachladen Okay da ist schon mal der eine Bastard Warum leben die Zombies alle wieder ja Warte hat der die wiederbelebt Hat der die Macht dazu die wieder zu beleben Sie können Sie können Bruder Bin ich schneller wenn ich mit der Waffe laufe Da lang ne Wo ist das Feuer Hier ne Wo Wo Ski Weg 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 Was mache ich Was mache ich Was mache ich Digga ich komme ich klar Ich muss hier rein oder Bitte 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 Ich muss noch was zu trinken Ich muss noch was zu trinken Also Das Ding ist Ich habe mich gerade übelst erschreckt ja Warte Ähm Wo ist dieses Feuer Wo ist der Hydrant Wie komme ich da hin Ich habe doch ne Karte man Innenstadt Ist das in der Ist das in der Ich bin Wo war das Hier ne Kann ich das irgendwie markieren alter Kann ich das nicht irgendwie markieren alter Bruder kommt der runter Bruder kommt der runter Da unten ist Diese ähm Oh Digga Chill mal chill mal chill mal Chill mal mit der Kamera chill mal Ich habe gar nichts da drin Ich muss nachladen Ich muss nachladen Bis zum nächsten Mal Boah das ein automat drauf geht ne Die geht nicht automatisch raus Ich muss gucken Doch ich geh auch 쿠.. okay des weg des weg ne wo sagt mir das doch bitte aina des weg des weg ich bin zu laut ich bin zu laut oben steht ein baby alter oben steht ein baby oder oben mein fenster ist auf kippe das muss ich in den mund nehmen wenn ich schreie es bringt gar nichts rauszugucken das spiel ist ein hurensohn das spiel ist einfach nur ein hurensohn darf man sagen bei twitch gegen spiele ist ja keine person oder werde ich dann sofort gebannt dicker ich werde kein horror streamer ich werde kein horror streamer leute die sich das oder ganz kurz ne wo ist er gekommen gerade u-bahn station ist hier wo ist das feuer tizian ist jetzt einer von uns die wo es geht einer von uns spaß dies schon wieder was was bringt das denn was bringt das hey ihr müsst mir jetzt sagen okay ich verlasse mich auf euch heute ich verlasse mich auf euch ihr müsst mir sagen wir müssen mir sagen wo lang ich schaffe das nicht allein ich schaffe das nicht allein muss ich hoch um leute ihr müsst mir sagen wie soll ich denn hier weg wie soll ich hier weg wo wo ist dieses feuer ding bringt nichts leute ihr müsst mir helfen ich weiß nicht wo ich diese ich sterbe verpist euch doch einfach verpist dich doch einfach verpist dich doch was wo ist dieses feuer ding ist es da hinten ist es da hinten ja man da ist doch der hydrant oder verpist euch verpist euch alle ihr seid solche arschlöcher ne ihr seid solche arschlöcher ne ich hab ne leite runter oh Gott. Mit der Pissu. Scheiße! Es gibt so viele! Geht das jetzt weiter? Ok, das sieht auf jeden Fall nach einem richtig nice game aus so. Es sieht wirklich nice aus, aber ich würde da viel lieber zuschauen als selber zu spielen. Let's do this, yeah, yeah, do it for yourself. Do it for yourself. Bitch. Warte mal, wechseln um dieses Spiel zu... Nein, nein, ich will das Spiel nicht kaufen. Ich mache jetzt das hier, verlassen. Ich verlasse jetzt das Spiel. Ich verlasse das Spiel. Ich verlasse das Spiel. Geh auf Youtube und gebe ein Sweet Cats. Komm, wie siehst du denn? Das ist ein kleiner Cockatil. Das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist ein kleiner Cockatil. Das ist ein kleiner Cockatil. Das ist ein kleiner Cockatil. Komm, komm, komm. Ja, klar, Jumpscares und so, da erschreckt man sich. Bei mir ist aber einfach so diese Umgebung, dieses Feuer und wenn die dann so ganz langsam laufen kommen und dann dieses... Die haben sich fest in meinem Gehirn so eingebohnt, ne? Und ich habe wirklich Paras vor diesem Spiel. Ich hoffe, dass das abflacht, weil sonst wird das nichts. Weil ich werde sterben. Genau dasselbe habe ich auch. Siehste, siehste, go forward, versteht vollkommen, was ich meine. Und dann kommen solche Vollpsychopathen wie der Rest, schauen mir zu und denken sich so, was ist für ein Spasti? Was stimmt nicht mit dem? Warum ist der so? Ist der behindert? Ist der geistig zurückgeblieben? Naja, was sagt ihr Jungs? Was sagt ihr? Soll ich wirklich dieses Spiel zocken? WDR 4. SICHER H 뒷kühlt WDR 5. UNMIE WDR 5. UNMIE 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 Vielen Dank.